Wie ist dein Name, Schwester? Malia Al-Noor, Tochter aus Katja. Dein Stamm ist aus dem Nuba-Gebirge. Du, Schwester, stammst aus einer königlichen Linie. Unsere Prinzessin Malia. Nein, ehrlich, eine Prinzessin. Aber jetzt ist ihr Zuhause hier. Sie ist ein Flüchtling. Ja. Wenn du jemals versuchen solltest, mit jemandem außerhalb des Hauses zu sprechen, wird mein Mann deine Familie umbringen. Ich habe meine Tochter verloren. Sie ist mein einziges Kind. Daddy! Sie ist am Leben. Ich weiß es. Zeig mir deine Zunge. Sieh nur, das kleine Urwaldmädchen streckt immer noch die Zunge raus. Ich bin eine Sklavin hier in diesem Haus. Vielleicht solltest du aufhören. Sechs Jahre sind lang genug. Ich habe ihr versprochen, sie zu beschützen. Ich weiß. Du weißt nichts. Niemand weiß es. Ich werde sie finden. Ich werde sie finden. Man kann nicht sagen, was Zeit ist. Ich war mal zwölf. Jetzt bin ich 18. Es wäre nur ein kurzer Wimpernschlag und die ganzen Jahre wären fort. Wir gehen aufhören.